was ein spaß bestimmt ich könnte natürlich auch na mal gucken ich überlege gerade wo ich das noch alles hinschmeißen könnte und da gibt es doch noch zwei drei orte erst mal gucken ich habe doch bestimmt stohle ja 1 2 3 4 5 6 haben war fressen haben wir auch wo wir haben ja alles hier dran ja mann krass und so ach ja hier komme ich wohl noch was wir werfen da weggeworfen so könnte jetzt nämlich könnte ich nämlich ja moment moment es kommt gleich wenn ich da wenn wir das sind also ich könnte es auch nicht an den seiten also an die seiten unterlegen wo die treppe nicht ist so rum ja ein paar fischer sind da sammeln sich nicht so viel damit wie okay ist ja auch klar weil und so die können ja immer wieder aufspringen aber trotzdem so ich könnte jetzt nämlich zum beispiel dann das einfach hierüber steuern irgendwie über von der seite oder von der seite sehr egal äh dann müsste ich mit peter natürlich anders legen also den hier nicht jetzt machen wir mal mit nehmen wir mal die fackel weg weg und da einen sagen wir mal hier noch einen hin und dann sagen wir mal das signal würde einfach von hier kommen das müsste ja eigentlich reichen für alle für alle jawohl nehmen wir hier die fackel einfach runter würde ich sagen und wo dann das alles hingeht mit dem signal das das werden wir dann später irgendwann austesten wo das kann ich so könnte ich sogar direkt hier schon also ne knack hier machen stört ja auch kein nur wo das dann weitergeleitet wird weiß ich noch nicht aber dazu dann später mehr machen wir erstmal nochmal ein paar fäckchen und nochmal nach oben aber da zahlt sich doch hier die doppelte wand auch etwas aus wieder so ein bisschen ecke zumindest habe ich jetzt jawohl 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 und natürlich hatte ich ja ganz vergessen hier ist ja noch hier ist ja boden und decke extra noch das ist natürlich äh doof jetzt nämlich oben aus so aber wo 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 ne warte mal so nicht mein freund komme ich denn hier gleich ans wasser weiß ich nämlich nicht erst mal gucken so wenn wir ziemlich hier jetzt packen und das dann befeuern klappt doch das klappt ja schon mal dann ziehen wir einfach nur eine wand drum keine ahnung weiß ich noch nicht wo ich das hinlege obwohl warte mal das können wir natürlich äh nach egal dass das das kommt später schepeter ist jetzt auf jeden fall alles an ist alles an gut jetzt habe ich natürlich nicht hätte ich gleich wasser mitnehmen können und holen wir es halt nochmal extra nochmal diese extra würste so hier haben wir es einfach hier und so jetzt haben wir ja auch unsere schöne und endlich wasserquelle mache ich gleich nochmal diesen so ist das etwas besser finde ich bin ich der meinung ey wenn ich jetzt einmal was auf die redstone schaltung kippe ne äh denn ist ja alles auf und alles fällt runter und so das wäre schon echt ärgerlich nein aber das ist auch nervig aber nicht ärgerlich das ist ja das ist natürlich dann besser selbst natürlich habe ich das falsche weggenommen so ich würde es natürlich gerne ausprobieren aber ich habe jetzt keinen bock alles aufzusammeln und nachzupflanzen und so deshalb lasse ich es einfach ne ich vertraue einfach darauf dass es klappt und ich werde es dann halt mit der monsterfalle irgendwie zusammenlegen höhö voll zusammengelegt ja das war falsch nein das war auch falsch komm wieder herwasser meine Güte habe ich hier nur fails ey so und dann kommt hier halt irgendwie häuschen und so hin aber das ist dann später ich muss allerdings leider noch mal ach fuhr ich komme ja sowieso recht schnell rein hier äh rein wollte ich sagen weil ich nämlich tüch die Erde da jetzt in der Mitte schon weg mache ja ne machen wir dann schon mal auch wenn mich jetzt vielleicht gleich einer beschießt auf jeden Fall knapp auf jeden ja der will mich schon beschießen der Arsch yeah so soweit so gut das ja dann muss ich jetzt hm wie viel Zeit habe ich denn ach komm ich ähm ich schnapp mir mal ein bisschen Lehm die die kommt erstmal da ein so ja viel besser und werde dann mal gucken dass ich hier ähm halt jetzt irgendwie ein Gerüst rumbauern ein Gestell rumbauern ein Häuschen rumbauern habe ich eigentlich gerade keine Lust zu ich baue mir noch ein paar ich baue mir noch ein paar Zäune das werde ich jetzt tun so jetzt habe ich 1,2,3,4,5 Sticks ja toll zeige ich natürlich ja also komm machen wir diesen da mhm so ja auch wieder zu viele ja jetzt habe ich 7 Sticks glaube ich oder ja egal 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 das ähm passt schon warum genau bin ich runtergesprungen ich habe da oben eine Werkbank stehen ah na egal ähm wir wollen nochmal zu den Hühner gucken kann ja nicht schaden wenn sie jetzt alle schon groß sind werde ich sie vielleicht mal schlachten ja schlachten ne komm ich ähm ich guck gar nicht erst ob da noch welche wieder nachkommen und zielen und da haben die das noch mehr als 1 überlebt aber viel war es nicht ja da habe ich auch nicht mit gerechnet wieder hoch da mit euch nachschießen lassen oh jetzt kam sogar was raus habe ich jetzt wegen der Musik gar nicht erst gehört aber jetzt reicht so jetzt kann ich pennen gehen jetzt haben wir noch hier der letzte Aufschrei des Tages das ist noch kurz hell vor der Dunkelheit könnte man das nennen jetzt die Tasse leer ähm aber ja ich bin ja auch bald fertig hier mein Hähnchen ist auch bald leer meine Güte meine Güte so Tür auf da die Federnei und hier da hat hier noch irgendwo ich habe ja bestimmt noch irgendwo wusste ich doch so fressen immer in Level 10 ich bin aber ich glaube ich werde gleich mal noch eine Verzauberung Session machen oder so vielleicht auch nicht muss ich gleich mal gucken ich brauche jetzt noch den Zaun rum und dann gucken wir mal ich habe ja sonst habe ich oft einfach eine Folge mit mit verzaubern am Ende aufgehört ne ich glaube schon jetzt habe ich ja doch zwei Stacks zu viel dann das könnte sogar schon reichen das könnte ja eventuell reichen wird vielleicht knapp weiß ich noch nicht aber wenn nicht kann ich ja oben schon noch was bauen woher ich dran denken ja so ja nö ja hier Hausparty bei mir und so aber nur mit 4 IPs also keine No Names rein voll die Supercreeper und und Zombies und so stimmt das ist ich hatte ja immer überlegt ob ich mir irgendwann diese Mod mal rein packe wo es stärkere Kreaturen gibt die natürlich auch krasseren Scheiß droppen aber in letzter Zeit brauche ich das eher nicht so äh ich habe ja sowieso gerade äh kaum Wüstung deshalb ne aber ich wusste doch dass das eine Lücke ist ich habe es doch genau gesehen jetzt habe ich sogar viel zu viele Zäune gemacht ja zu viele kann man jetzt auch nicht unbedingt haben denn ich werde immer wieder Zäune brauchen ich werde sowieso alles immer wieder brauchen was ich immer angeblich zu viel mache na vielleicht nicht alles aber vieles davon so dann bringen wir jetzt mal den ganzen Schrapel weg und dann werde ich nächstes Mal vielleicht dann da oben verkleiden oder sowas das werde ich dann gucken müssen äh ich will doch ich will doch ich will doch ich will doch ein bisschen weiter rumlaufen ich will doch hier hin erstmal dann wieder nochmal überall hin um alles weg zu bringen ja wo jetzt alles mit dem Redstone Zeugs und so ich weiß dann eben noch nicht wo das landen soll äh deshalb ja ach komm weiß was dann mache ich jetzt mal mit dem Inventar seit langem mal wieder so richtig leer so richtig leer ja auch wenn ich mir dann nächstes Mal alles wieder voll sammeln oh die Steine sind bald leer alles voll sammeln muss ja ich habe jetzt auch noch beide Eimer mit falls ich was sagen wollte weil ja habe ich halt kann ich halt ne so hier warte mal ich will aber das alles ja was brauche ich ich brauche das ich brauche das ich brauche das nicht unbedingt aber das und die Axt noch so ne komm die Axt da damit das jetzt hier hier so schön geordnet ist so voll super krass so einfach damit die Lücken nicht zwischendurch sind aber ja ähm 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 ja gucke nicht so blöd hier hinaus was haben wir auf Stärke 5 Schuss Blutsamkeit 1 mäh was haben wir denn hier auf mein Schwerteil und Schärfe 5 das ist geil ich hätte natürlich gerne irgendwie sowas wie Drop Zeugs noch dazu also ähm ihr wisst schon dass die Monster mit höherer Wahrscheinlichkeit was fallen lassen dann muss ich nicht so viele Wisserskelette jagen auf die auf denen hab ich noch gar nichts drauf dann fangen wir mal an würde ich sagen Level 1 Effizienz 1 mäh dann machen wir mal Level ne Level 5 ist mir ein bisschen zu krass Stärke 1 mäh Wasseraffinität ist für den Helm nicht schlecht äh komm machen wir nochmal bis machen wir mal 3 was haben wir hier Stärke 1 mäh Schärfe 1 mäh und jetzt aber kein Level mehr das heißt warte mal Effizienz äh Schärfe Stärke Stärke ich würde ja nochmal fast zurückrennen und gucken wegen Wasseraffinität aber nur fast also ne ist mir jetzt zu stressig Gibt's überhaupt mehr als doch es gibt mehr als 1 glaube ich ich glaube schon äh aber ja so äh was sagt euch die Zeit okay 1-2 Minütchen müssen wir noch ähm ja jetzt hätte ich gerne ein paar Level rangekriegt ne wäre schon nicht schlecht wie heißt denn Loot heißt das auf Englisch dass sie mehr droppen also ich glaube Loot heißt das äh du musst sterben du bist mir im Weg also nicht im Weg du bist freilaufen das geht so nicht ich hätte echt nicht irgendwie das heißt auf Deutsch Loot heißt das auch einfach Looting das wäre ja naja nicht so einfallsreich weißt du was machen wir noch kurz diesen hier 5 6 7 8 Hallo ach ich keine Druckplatte habe ich noch keine Druckplatte na doll aber hier jetzt machen wir da oben für die Hühner es noch so ein paar Eier rein mal gucken ob ich mich jetzt endlich mal wieder äh offscreen mal hinstelle und da ein bisschen leveln lasse äh Hühner spawnen lasse wäre eigentlich mal wieder angebracht ja komm hier die kommen auch noch mit rein da vor allem Hauptsache mir fällt erst wenn ich da hinten baue es fällt mir grad so spontan ein fällt mir auf wie cool das Threadstone Zeugs aussieht und nicht während ich hier schon ewig rumlaufe aber doch das Pack gefällt mir eigentlich ganz gut wenn ihr nichts dagegen habt dann werde ich das jetzt glaube ich auch erstmal eine Zeit lang benutzen außer ich finde jetzt noch ein super geiles oder hab nicht immer einfach keine Lust aufs könnte auch passieren ähm also wenn ihr wollt dass ich das nicht benutze dann schreibt es in die Kommentare nimm ein anderes ist egal welches ich werde dann noch oder so aber ja aber ja so hier ching ching ja weiß auch nicht warum es ist wird sich grad voll sonnen wenn das daraus geschossen wird bestimmt das haben wir hier noch eine Leine oh jetzt nee das hat hier nicht daneben zu liegen nee nee ach ja der automatischen Tür Schließung so jetzt höre ich keine Eier mehr also wow ok das waren jetzt wieder einige glaube ich also zumindest ein paar lohnt sich doch immer mal ab und zu vorbeizugucken ich glaube ich mache auch mal die Kiste dahinten mit der Bratterei leer damit ich auch mal sehe ob da auch wirklich was passiert weil ich das Gefühl habe das ist an naja nicht unbedingt am ineffizientesten aber am langsamsten quasi könnte zumindest durchaus sein was die 8 hier ist ja bestimmt ein Ausschalter ich hab noch überall einen Ausschalter gemacht oder ok bei der da wird es jetzt schlechten einen Ausschalter zu bauen aber bei der anderen ja ich denke ich hab dann einen Ausschalter eingebaut traue ich mir durchaus zu weiß ich schon gar nicht mehr das ist bestimmt noch nicht mal 100 Folgen her oder weiß ich nicht bei der bei der 500er Folge war ich habe ich meine Mauer fertig gemacht da gab es ja dann den Download ja da habe ich in den letzten 70 80 Folgen doch schon recht viel hier gebaut eigentlich war und wenn man zwar umrechnen ist wahrscheinlich auch gar nicht so wenig Zeit aber ähm ja ja guck mal nochmal kurz aber ja das wäre jetzt super geil wenn die Hühner innerhalb dieser 1-2 Sekunden groß geworden wären naja fast ja aber ein Ei war immer wieder da guck mal jetzt hat hier eine Lücke das hat mir gar nicht gefallen ähm 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 das hat sich vollkommen lang und voll krepelig ich wollte was sagen euch daran verschlucken musste daraus folgen pusten ja äh ich mach mal einfach mal nochmal ein paar Fackeln äh ich hätte gern 8 Kohle 1,2,3,7,8 zack ich glaube dann fang ich jetzt mal an mein Haus noch außen rum bisschen zu habe ich jetzt mein ganzes ja natürlich mein ganzes Essen mitgeworfen ne komm machen wir mal vorher machen wir mal diesen da wenn das alles mal leer wird hier so nein gucken wir mal ähm hier mach ich das natürlich auch wieder so dafür werden die Fackeln natürlich nicht ganz reichen gehe ich zumindest stark von aus habe ich ja ganz super konstruiert nein es hat den geheimen weg gefunden es muss sterben die fresse zerfrisst mir so mein ganzes feld aber ich glaube noch hat es nichts erwischt das war ganz schön kinder meine wieder zack 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 genau so und nicht anders sechs fackeln auch ja das reicht natürlich lässig ich habe ich doch voll viele fackeln und verlegt oder obwohl geht eigentlich ich dachte weil das so grün aus dass da irgendwie ein mini creeper wäre gruselige vorstellung ein mini creeper wie die mini zombies voll mega schnell das vier das wäre richtig böse aber ich denke jetzt habe ich genug zeit vertrödelt und ich war will aufs bett ich springe jetzt auf dem bett und johu bettöpfen bis es durchbricht nein ich bedanke mich auf jeden fall sehr fürs zugucken und bis zum nächsten mal haut rein leute ciao